Wir sind der ESN Bielefeld, das ist die Kurzform für Erasmus Student Network Bielefeld. Wir sind ein lokaler Ableger von Europas größtem Studentennetzwerk, das es gibt. Unsere Hauptaufgabe ist es, internationale Studierende zu empfangen, die hier ein Auslandssemester machen und Veranstaltungen zu organisieren, wo wir uns dann treffen, kennenlernen und sie in den Alltag des Unilebens integrieren. Für mich persönlich und auch für viele andere war so das eigene Auslandssemester oder auch der Wunsch ins Ausland zu gehen, so ein Impuls, dass man die schöne Erinnerung, die man dort vor Ort gemacht hat, auch irgendwie wieder hier mit hinnehmen möchte und genau das für andere Studierende halt auch ermöglicht. Viele Erfahrungen, die jetzt Menschen, die nach Bielefeld kommen, haben wir selbst schon erlebt, können uns da gut reinversetzen und kennen uns hier in der Stadt aus und sind sozusagen dann gute Ansprechpersonen vor Ort. Also uns ist es wichtig, dass wir besonders die Freizeitgestaltung unterstützen von den Studierenden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht für administrative Sachen nicht auch zur Verfügung stehen. Uns ist es wichtig, dass die Menschen hier eine gute Zeit haben, sich kennenlernen und sich vernetzen. Das Tolle finde ich auch ist, dass ich meine eigenen persönlichen Hobbys auch mit in den Vereinen einbringen kann. Also ich spiele gerne Spiele, dann mache ich einen Spieleabend. Ich bin kreativ, dann mache ich was Kreatives. Ich singe gerne, ich gehe in die Karaoke-Bar. Und da kann im Prinzip jeder seine eigenen Leidenschaften auch noch mal ausleben. Mir persönlich am meisten bedeutet es, so viele Menschen kennenzulernen, die so viele unterschiedliche Gedanken haben und sich selber zu hinterfragen und mal zu verstehen, dass ich größer denken kann als nur Bielefeld, NRW, Deutschland. Ich kann europaweit denken und das verstehen und dann halt viele, viele Vernetzungen sehen in den Problemen, die wir gerade haben, die wir sowieso nur gemeinsam lösen können.